ach das büro basis kommen es gibt ein problem wir haben zuflucht in einer burg gesucht aber ich wurde soeben von baby eagle getrennt basis ich verliere dich hörst du mich soviel dazu soviel dazu kein netz zur zentrale bin der ashley da sind wir wieder da hinten ist ein händler die doofen mitgenommen hat händler wo bist die tür vielleicht ja allerdings ich habe was neues für dich das ist was ich derzeit habe ich habe es er hat keine er hat keine also eine schutzweste fände ich ganz nah ist die den träger vollständig vor einschlagen projektieren und explosionen schütze wie in nahkampf begegnen den schaden reduziert doch keine sorge was zum anziehen geht immer ach komm wir nehmen erste hilfe spray auch noch mit ich weiß ich verkaufe dir jetzt noch meinen shit weil ich den nicht brauche ich kaufe fast alles die nachladegeschwindigkeit die gebe ich hier ein bisschen gas so na dann angenehme reise das meine auch speichern neue schuhe werden auch nice ist ja wieder ein bisschen oh ah oh vorsicht ich glaube wir wollen die nicht wecken sind die schon tot ich bin mir nicht so sicher ich bin lieber mal vorsichtig bringe die karmesinrote flamme da die stimme der seuche wohnt in den flammen sie führt die bedauernswerten seelen zur erlösung bringe die karmesinrote flamme in ihren rechtmäßigen ort du sollst erleuchten und den weg offenbart werden ach so ich muss dem hier das ding hängen schätze ich er hat sie oh da platzt dir der schädel Was ist das? Oh nein. Oh nein, der macht die Ahle zu diesen Monstern. Hinter dir. Au. Ah, ich seh's. Ah ja, schlechte. Nein. Oh fuck, mir geht's gar nicht gut. Nicht schlecht, ne? Ich hab sie. Okay. Nein, Mann. Ich bin eigentlich nur wieder zurück. Mal gucken, ob die da nachher noch da sind, wenn ich da hin muss. Ah, die Hotte in Rot. Oh, hübsch. Nicht meine Waffe. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wow. Wenn du so auf Nähe stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sie ist smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Sie ist die Letzte, die ich hier erwartet hätte. Sieht aus wie eine Geheimtür. Achso, kann ich das noch reinschneiden? Okay. Steinchen finden. Hupsa, chill, chill, chill. Du, Junge, einfach aufmachen. Die extravagante Uhr nehmen wir mit. Schade. Hups. Und jetzt? Okay. Hä? Habe ich die Falschen? Müsste nicht einer rot sein? Ja, gell? Aber ich kann sie nicht... Doch. Oh. Interessant. Okay. Nein, bleib da. Also der passt ja. Der oben könnte auch passen. Aber wenn der nicht passt... Du siehst die Zeichen neben dem Stein? Ja, ja. Schau auf die Formen. Ah. Ah. Verstehe. Dann muss das das sein? Nee, Mist. So. Ja. Voll gut, danke. Müsste passen. Nice. Oh, ein, ein und! Das Haus ist das Rädchen. Okay, jetzt nur noch Ashley finden. Ja. Wenn es sonst nichts ist, gell? Illuminados. Steht er jetzt doch auf? Ne, oder? Na, klasse. Schlüssli! Schüpp! Iiiiih! Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin schläflich, du! Iiiih! 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 Okay. Okay, wie widerlich schnell waren sie, please, mit diesem... Mit dieser Spinne im... Ich muss erstmal nachladen. Warum tust du den... Da! Ich schmeib mein Kumpel! Wenn das... Wenn das so ist. Aber... Ja, ich verkauf dir wieder ein paar was. Wofür kann ich dich begeistern? Den da! Den da! Ein hervorragender Deal! Hehehe! Warum probierst du nicht meine neue Waffe? Kaum jederzeit wieder! Ich brauch keine neue Waffe, ich bin sehr happy mit meiner, muss ich wirklich sagen. Hehehehe! 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 Arme verehrte Wispel-Kell! Verrüstet ihre Begleitung! Sie meinte, ein Treffen mit dir reicht ihr! Sie meinte, ein Treffen mit dir reicht ihr! Hehehehe! Hehehehe! Ich habe die neuen Zurückhaltung sowieso langsam reiht! Lasst uns das Spiel nach Verrassaden anwischen! Das wird laut! Meine Güte! Das muss ja auch noch gegen die kleinen Dinger auch noch kämpfen, weil die alle so schnell machen! Wowie! Ah, ihr Idioten! Komm, wir rennen einfach so! Das ist echt eklig! Das hätte ich jetzt echt nicht gebrauchen! Oh Mann! Ich tu dir einen Gefallen! Ich tu dir einen Gefallen! Ich sag's dir! Komm schon, zück die Waffe! Was ist los? Be kinds! Geern. doing das ist dem Wir essen! Es sind so viele Geräusche. Ich habe halt oben diesen Hebel nicht gezogen jetzt, das war vielleicht dumm. Vielleicht hätte ich den Hebel oben umlegen müssen. Nicht tot! Schade, das hätte auch funktioniert vielleicht. Da. Jetzt müsste die Tür unten offen sein. Okay, ich gehe da doch, wird schon passen. Es nimmt kein Ende! Bleib liegen, Mann! Jetzt müsste ich hier wieder auf Sonne stellen. Das checkt auch niemand. Hä? Ja, jetzt chill. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. So, jetzt haben wir wieder die Sonne angeschaltet. Oh, Mann! Wowie! Der ist aber schön weit geflogen. Au! Wow! Oh! Die ist da! Ja! Oh! Ich weiß schon wieder nicht, was zieh ich hier, wo muss ich hier durch, was ist hier eigentlich der richtige Weg? Kogelwild, ich check's null. Aber bin ich hier schon... Hier bin ich doch... Hier kam ich doch her, oder? Da ist es jetzt offen, oder? Nee. Ich glaube, da war es schon richtig. Du machst mir langsam Angst, warum? Immer schön nach oben, okay. Ich glaube, ich nehme mal einen Kraut, oder ich mache mal mir ein paar Munitionen. Ja. Ja. So langsam geht... Wir töten mir echt auf den Sack. Okay. Okay, der wird auch eine Schwachstelle haben. Zwecklos! Ich verschwende bloß Munition. Verstanden. Hm? Hmm? Das war's für heute. Danke. 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 Ashley. Ashley. Wo bist du? Ich sehe schon Leitern. Ich muss um 6 aufstehen, weil du lest das hoch so schnell ich kann. da ist sie. Danke. 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 Halt dich nur von meinem Messer fern. Wenn du mir das nochmal abzwickst, setzt du was kleine. Danke. 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 Das wird mich gleich beendet, Leute. Nice. Untertitelung des ZDF, 2020